Füllt man Wasser in eine Plastikspritze, verschließt sie luftdicht und zieht den Kolben heraus, so beginnen Dampfbläschen aufzusteigen. Das Wasser kocht in der Spritze. Aber wie kann das sein? Bei normalem Luftdruck siedert Wasser bei ca. 100 Grad Celsius. Der Siedepunkt ist die Temperatur, bei der das Wasser verdampft. Durch das Herausziehen des Kolbens wird jedoch der Druck in der Spritze verringert. Dadurch senkt man auch den Siedepunkt. Bei Gargeschirr wird diese Druckveränderung oft genutzt. Durch Erzeugung von Unterdruck garen die Speisen bereits bei niedrigen Temperaturen. Umgekehrt kann, wenn der Druck erhöht wird, die Temperatur des Wassers auf mehr als 100 Grad Celsius erhöht werden, ohne zu verdampfen. Dies wird beim Druckkochtopf verwendet. Durch die Erhöhung des Drucks wird der Siedepunkt des Wassers auf 120 Grad Celsius erhöht. Durch die höhere Temperatur wird die Garzeit verringert. Der Druckkochtopf wurde im 17. Jahrhundert von Denis Papin entwickelt. Bei der ersten Vorführung explodierte dieser. Erst nach Erfindung des Sicherheitsventils funktionierte sein Kochtopf sicher. Papin konstruierte jedoch nicht nur den Druckkochtopf, sondern auch einen Vorläufer der Dampfmaschine und ein Unterwasserfahrzeug.